Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Er ist keinen Argumenten zuwählig. Das wissen Sie so gut wie ich. Irgendwas muss getan werden. Er ist verrückt. Er will uns einfach raus schmeißen wie Rundstedt, wie Guderian. Ja, und? Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie. Neupotronist. Ein rücksichtsloser Keierist. Wie bitte?